Herzlich Willkommen zu einem neuen Eternals Evolution Video. Hier möchte ich mit euch einmal die Dämmerungsländer durchgehen bzw. so ein bisschen ein Guide dazu erzählen, worauf ihr achten solltet, was ihr am besten machen könnt um das Bestmöglichste aus dem jeweiligen Tagesversuch, bevor ihr eure Helden zurücksetzen könnt, rausholen könnt und welche Strategien ihr vielleicht verfolgen solltet. Da will ich euch so ein paar Tipps an die Hand geben und auch selber zeigen, ein paar Spielzüge, wie ich das so handhabe im Moment. Vorneweg, was ganz wichtig ist, was ich selber aber tatsächlich noch nicht gemacht habe, muss ich gerade mal gucken, da können wir einfach hier hingehen. Ihr habt ja hier Helden, massivweise Helden, die ja auch durch Vererbung, genau fangen wir mal hier an, Vererbung quasi eingesetzt sind. Das heißt, jeden Helden, der irgendwie ja was zu sagen hat, namentlich ist, der bis auf die unsterbliche Ebene hochgelevelt werden könnte, den packt ihr natürlich hier rein und ihr rüstet die alle so gut es geht komplett aus. Denn ihr werdet davon profitieren, desto mehr Helden ihr halt ausgestattet habt. Ich muss selber zugeben, wie auch hier, es gibt es einige, bei denen ich es noch nicht gemacht habe. Viele habe ich ausgerüstet, noch nicht perfekt, aber mir fehlen auch noch einige. Ich denke, ich werde mal in einem Twitch-Stream mir die Zeit nehmen und da mal, ja, das so ein bisschen streamen, wie ich die ganzen Helden ausrüste. Da kann man dann vielleicht noch, ja, zuschauen, beziehungsweise falls man mich dann so findet, auch direkt Fragen stellen oder sonstiges. Ja, wenn ihr dann quasi alle Helden zu gut es geht ausgestattet habt, dann gehen wir auch direkt rein. Wir haben ja verschiedene Schwierigkeitsgrade, die anhand der Farben auch dargestellt sind, die auch den entsprechenden Seltenheitsgraden der Waffen zum Beispiel oder Ausrüstungsgegenstände oder Helden widerspiegelt und ebenso werden auch die Gegner da schwerer. Was ich euch am Anfang sagen kann. Also mit meiner Stärke konnte ich, also ich habe jetzt, ihr habt ja gesehen, mein stärkster Held ist 219. Ne, jetzt schon über 219, 220, genau. Glaube ich, ja. Und die anderen sind alle so 203, 204. So mit dieser Stärke habe ich, sage ich mal, ohne wirklich auf Taktik zu achten, ich sage mal, definitiv die ersten vier Bereiche abschließen können. Oder auf jeden Fall die drei. Das heißt, vier würde ich sogar auch noch sagen, genau danach wurde es dann ein bisschen schwieriger. Aber auch noch ein bisschen. Der Schwierigkeitsgrad, der steigt dann nachher ziemlich krass, finde ich. Aber wie gesagt, meine Einheiten sind auch noch nicht auf Maximallevel. Ich weiß nicht, worauf das dann am Ende ausgelegt ist, wie gut man vorankommt. Ja, das heißt, so in den ersten Bereichen, Walter Abschiede, Walter Sumpfes, Walter Stärke und Walter Grausamkeit, könnt ihr getrost die Ebenen durchgehen mit euren stärksten Truppen. Einfach den stärksten Truppen, mit dem ihr die Frontline bekämpft oder mit dem ihr Seelenrubinen macht oder einfach euer bestes Team, euer Lieblingsteam. Und dann haut ihr einfach alles um, weil die halt natürlich kein Leben haben. Erst im späteren Teil fängt es dann an, wo man schon etwas auf Taktik achten sollte. Natürlich würde es wahrscheinlich dann in den nächsten beiden Gebieten zum oder zumindest Wald der Enttarnung oder ja dann auch noch ohne Taktik funktionieren mit den Stärksten. Aber die würden dann auch einstecken, also gut einstecken, wenn man nicht darauf achtet. Und vielleicht würde man sogar einen Helden bei manchen Kämpfen verlieren. Und um das halt zu verhindern, ist es halt sinnvoll, dann Taktiken einzusetzen oder andere Helden zu verbraten. Das ist das, was ich dann auch gerne mache. Gehen wir mal kurz rein. Also im Moment bin ich jetzt hier auf unserem Server beziehungsweise unseren Bereich auf Rang 9. Beim letzten Mal war ich bei Rang 16. Das heißt im Moment habe ich schon eine gute Steigerung und bin jetzt bei 8,2. Genau. Gucken wir dann mal rein. Im Wald der Gier bin ich jetzt gerade. Ich habe schon mein Team einmal komplett resettet. Das heißt es ist jetzt komplett vollständig. Und ja sieben Leute haben hier diesen Run geschafft. Das heißt auch ein weiterer Tipp, weiterer wichtiger Punkt ist, holt euch diese Macht des Herolds ab, bevor ihr die Ebene anfängt. Weil ihr dann natürlich ja 20 Prozent Schaden und oder beziehungsweise reduzieren ja die Lebenspunkte und die Schaden vom Gegner. Und das macht dann halt schon einiges aus. Das heißt die, die natürlich schneller durchkommen, haben es schwieriger. Aber für die, die nachrücken, ist es dann einfacher. Wir haben ja immer, ich habe das in dem Video, wo das Spiel ja, wo dieses Event quasi rauskam, ja schon erwähnt. Man kann dann immer zwischen drei verschiedenen Aspekten aussuchen. Das heißt, ähm, es ist sinnvoll, sich die Gegner so auszusuchen nach dem, wo man entweder denkt, wenn es schwieriger wird, dass man definitiv da länger überlebt oder halt die Einzelnen ausschaltet oder halt ein gutes, starkes Team dagegen hat. Hier zum Beispiel bräuchten wir halt Energie, ähm, Typen, weil die halt mehr gegen beschworene Einheiten ausrichten, weil der hier halt viele beschwört. Das heißt, hier brauchen wir AOE-Schaden und Energie. Ähm, habe ich jetzt meine Erfahrungen noch nicht so gut mitgemacht und meine AOE-Helden sind auch nicht so stark. Ähm, deswegen habe ich das jetzt nicht angesetzt. Das hier ist auch relativ, ja, schwierig. Weil der stark ist. Wobei ich hätte den dadurch, dass es nur vier sind, vielleicht auch anfangen sollen. Aber der Strahl, der ist halt ziemlich heftig. Ich habe jetzt aber schon diesen Bereich angefangen, wie ihr hier sehen könnt. Ähm, und da ist die Generalverbindung halt wichtig, weil, ja, der halt viel Schaden austeilt. Aber, ähm, ich fange hier jetzt nicht mit meinem starken Team an, sondern ich nehme Helden, die, ja, ich sage mal so, wie es ist, eher abkömmlich sind. Gut, den habe ich jetzt, äh, bzw. die ich jetzt eh verbrate, weil ich quasi, ähm, ja, einfach nur Schaden machen möchte, um die Gegner noch weiter zu schwächen. Und das werde ich jetzt mit Beschwörern machen. Ähm, weil ich relativ starke Beschwörer habe, denke ich mir, ja, probieren wir es mal. Zwar haben wir die Generallistenverbindung nicht so hoch, aber wir können eventuell aufgrund des Schadens, die die vielleicht anrichten, ähm, schon den ein oder anderen ausschalten. So. Wichtig ist auch, vor allen Dingen im späteren Bereich, macht die automatischen Fähigkeiten raus, äh, bei den meisten Helden, weil es hier ist es dann nachher wichtig, wirklich punktgenau Einheiten auszuschalten, um es nach einem späteren Verlauf oder einem späteren Versuchen dann einfacher zu haben. Ähm, ich werde jetzt natürlich die reinnehmen, die ich jetzt nicht so steuern kann, weil die eh nicht so viel Schaden machen. Ähm, aber die, die ich steuern kann, vor allen Dingen die dann punktgenau zielen, ähm, na, da komme ich zum Beispiel jetzt gerade nicht hin. So. Und versuche doch möglichst viele zu treffen. Ja, das war relativ schnell. Man kann natürlich, ist es nicht schlimm, wenn man sagt, okay, der Versuch war jetzt kacke, ähm, wir versuchen das nochmal, ähm, dass man einfach sagt, man bricht das Ganze ab. Das habe ich auch schon gemacht. So, das hat jetzt nicht ganz so gut funktioniert, weil ich wollte eigentlich gern die hintere Reihe loswerden, den letzten da hinten. Ähm. Daher nehme ich mal noch. Na, wobei, wir versuchen wir trotzdem Generalistenverbindungen mit rein zu hauen. Einer fehlt noch, und zwar Energie. Da nehmen wir es mal so. So, nehmen wir AOE. Ja, man sollte immer die Taktik anpassen, ne, ne, Energie zu viel. Ähm, Energie zu viel. Wir haben Support, Energie, ein Schafsitze wäre noch nicht schlecht, ne, okay. Heiler nehmen wir jetzt noch nicht ganz rein. So, hier nehmen wir auch alle raus. Ja, ist auf jeden Fall schon einiges an Schaden. gemacht. Das heißt, ich kann an der Stelle natürlich mit meinem starken Team schon deutlich mehr ausrichten. Ähm, ich versuche es einfach mal. Vielleicht reicht das auch schon. Vielleicht hätte ich von vorne rein auch mein starkes Team direkt nehmen können. Ähm, so, aber das nicht. Nein. Wir nehmen... Weil mein starkes Team besteht aus Emma, Bailey, Hudson, Seider. So, und dann brauche ich noch... Das hatte ich noch drin. Jetzt brauche ich aber noch jemand anderen. Ah ja. Und... Eigentlich habe ich sie nicht drin, aber aufgrund der Generalistenverbindung. Nämlich den Drachen jetzt mit rein. So, eigentlich nur kann sie... Nein, Heilung warten wir noch. Oder Ton ist auf irgendeinem Grund weg. So. Sehr gut. Ah, das läuft. Ich hätte vielleicht tatsächlich das schon eher machen sollen, weil ich glaube, die Gegner waren schon stark genug geschwächt, dass das funktioniert hätte. Ja, damit haben wir es jetzt geschafft. Denn hier, wie gesagt, der Tipp ist... Jeden... Oh, na, die könnten wieder... Hunter, Jägerverbindung, Schilde. Hm. Hm, 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 hm. Ja, gut. Das wird interessant. Aber das kriegen wir hin. Dann nehmen wir nämlich jetzt noch... Die neue mit rein. Denn die hat mich bisher... Schon sehr gut überzeugt in Verbindung mit Emma. So. Wir sollten tatsächlich... Wir sollten tatsächlich die empfohlenen Verbindungen immer nehmen. Denn... Es hat schon seinen Grund, warum das... Äh... Die Gegner sind dementsprechend aufgebaut. Dass natürlich, ähm... Ja... Die Mechaniken das vorsehen, dass man halt... Zum Beispiel jetzt müssen wir wahrscheinlich ein Schild... Kaputt machen. Aber ich glaube, das war... Wenn ich mich recht entsinne... Ich muss mal das Tempo runterziehen. Ich überlege gerade nicht... Warte mal, ich muss noch mal kurz... Wichtig ist auch... Das habe ich jetzt hier natürlich jetzt gerade... Tatsächlich nicht bedacht... Einmal die Fähigkeiten durchzulesen. So. Hm. Okay. Der hat ein Schild, was wir runterhauen müssen. Daher die Verbindung. So. Dementsprechend... Ja... Bleiben wir dabei. Das könnten wir auch direkt schaffen. Mal gucken. Mal gucken. Da haben wir das Schild. Oh. Das reicht. man kann natürlich auch in dem moment wenn jetzt der punkt kommt okay es ist ein schild was runter gehauen werden muss ich glaube wir können vorher schon drauf und man versucht dann an der stelle schaden zu machen bevor der effekt eintritt ob für den man diese verbindung benötigt es gibt zum beispiel den boss der sich dann nachher in fünf oder mehrere kleine mobs aufteilt da gibt es dann die möglichkeit man macht entweder an allen schaden dann gibt es die möglichkeit man macht nur an den einzelnen ob schaden oder man kann im vorfeld auf den großen halt schon schaden anrichten und so ihn stück für stück runter hauen so jetzt versuchen wir mal hier einfach mal schaden zu machen ich würde sogar fast sagen das ist ich würde sogar fast sagen dass zwei ausreichen und da würde ich eher lieber auf den zweiten heiler setzen es ist also nicht verkehrt die taktiken quasi durchzuprobieren um so halt das beste rauszuholen denn man verbraucht hier keine versuche kein leben oder so wenn man das warten wir ab wenn wir quasi ja das reicht müssen nur aufpassen nach einer bestimmten zeit werden die gegner nämlich stärker man könnte jetzt natürlich auch dahingehend versuchen zu agieren indem man sagt okay wir haben zwar diesen starken mob der haupt gegner ist der hier vorne ist aber wir können noch sagen gut wir machen erst die ätzenden weg die denn uns auch stören so jetzt wird es nämlich kritisch weil uns alles weg stört aber ja sehr gut es wird nicht ganz reichen immer wird sterben ja und damit haben wir zumindest unser starkes team weg aber der starke gegner um den es eigentlich geht ist jetzt weg und das ist der punkt wohin man an der stelle versuchen muss zu agieren so denn gegner die man tötet die man leben runter macht bleiben permanent tot dementsprechend können wir jetzt natürlich sagen okay wir hauen jetzt einfach mal oder versuchen einfach mal die gegner um zu hauen nehmen wir dementsprechend die besten kommandanten für den versuch ja die roten die prototypen steuer ich jetzt nicht um da ich dass wir jetzt hier kein nicht wirklich auf irgendwas achten müssen lasse ich die einfach machen noch ein bisschen schneller weil ich sehe dass das trotzdem nicht so gut funktioniert denn die gegner werden natürlich auch immer stärker das heißt selbst die diese beiden helden vor dem anderen tod zu machen wäre wahrscheinlich gar nicht so einfach geworden ja was kann ich noch sagen im prinzip ist es wichtig jeden tag verbraucht alle helden die ihr quasi habt damit ihr das wieder herstellen wieder zurücksetzen oder wieder ich sag mal beleben der helden auch dann vollends ausnutzt das heißt lasst die helden wirklich auch wenn es aussichtslos erscheint also guten level 1 helden muss man jetzt nicht gerade hinschicken aber andere wie zum beispiel ja auch ich schicke jetzt ja einfach alles was ich habe und lasst die einfach kämpfen sind wir mal gucken haben wir noch was ja den zum beispiel weil die machen zwar nicht viel schaden aber sie machen schaden und jeder schaden der gemacht wird sind weniger lebenspunkte und irgendwann besiegt man dann doch vielleicht den ein oder anderen mit dem einen oder anderen helden und deswegen ist es auch wichtig wirklich jeden einzelnen helden den ihr besitzt auszurüsten und auszustatten spätestens in diesem event ich weiß nicht ob es vielleicht noch andere geben wird kommt euch das dann zugute denn so länger nämlich jede einzelne hält überlebt desto mehr desto länger kann der auch schaden machen an den einzelnen bereichen so jetzt bin ich auch fast an dem punkt ich haue jetzt hier einfach alles raus es ist egal und desto mehr schaden dann an der stelle halt ja entsteht haben sie nachher die richtig starken helden auf die ihr immer bauen könnt danach ja die haben es dann nachher einfacher und das ist der punkt deswegen ist wichtig ist halt nicht nur eure stärksten 10 15 helden zu nutzen die zu verbraten und dann sagen okay jetzt setze ich das team zurück nein nutzt wirklich jeden verfügbaren helden der irgendwie ein bisschen schaden macht jetzt habe ich so viele tanks wie gesagt ich müsste die eigentlich noch ausstatten damit das wirklich sinnvoll ist da bin ich jetzt aktuell selber noch nicht so ein ein gutes vorbild so ein bisschen schaden machen wir dabei sind die noch nicht mal gut ausgestattet das heißt tatsächlich würde ich dann noch ein bisschen mehr schaden machen wenn sie ausgestattet werden so was haben wir noch wirklich nicht mehr viel das und ihnen ja bei den rest brauche ich nichts machen ja das war's dafür sind die ja das hätte ich woanders mit einsetzen sollen da hat er mehr gebracht definitiv mehr ja jetzt sind wir an dem punkt angekommen wo wirklich ich jetzt kein sinnvollen mehr habe dann machen wir team zurücksetzen einmal pro tag könnt ihr es machen und hey mein super starkes team ist wieder da das heißt wir gehen jetzt wieder hier voll aufs ganze nehmen wir diesmal ihn noch mit rein und so und dann da werde ich jetzt auch nicht irgendwie automatisch machen weil die im prinzip eigentlich so gut wie tot sind und meine einheiten eigentlich nichts verlieren sollten natürlich wie gesagt werden hier die gegner immer stärker und schwieriger und dementsprechend ist es interessant dann die richtigen raus zu suchen ja aber das sollte es sollte ausreichen um zu zeigen worauf ihr hier achten sollt ansonsten ist es einfach wenn man nicht irgendwann nicht mehr weiter kommt oder wirklich vor allem ein boss vielleicht nicht vorankommt oder es ist keine ahnung vielleicht fünf tage braucht bis ihr den boss weg habt dann seid ihr halt einfach noch nicht stark genug beziehungsweise dann muss halt das level kommen oder das die exklusive ausrüstung um halt den schaden zu erhöhen oder die prototypen oder was auch immer hier im wald der gier war ich im vorigen spiel noch nicht gewesen ich bin habe gerade mal geschafft den drachen zu besiegen oder ich glaube nicht mal genau den habe ich nämlich nicht mal geschafft da war ich bis zu ihm gekommen jetzt habe ich ihn besiegt weil ich da natürlich ein bisschen stärker geworden bin ich würde aber vermuten dass ich vielleicht den boss hier noch schaffen könnte aber ich glaube spätestens beim nächsten würde ich dann wieder nicht vorwärts kommen gehe ich stark von aus vor allem sind nur noch sieben tage ja mal gucken wie weit wir kommen ja das war es zu dem dämmerungsländern falls ich auf vielleicht diverse sachen nicht genau eingegangen bin oder etwas vielleicht ausgelassen habe fragt gerne in den kommentaren nochmal nach dann kann ich da vielleicht im text nochmal drauf eingehen aber ich denke ich habe alles wichtige gesagt was notwendig ist um gut voran zu kommen in diesen dämmerungsländern ansonsten ist es halt etwas was sich über die tage hin aufbaut am anfang kommt man leichter durch und desto weiter man kommt desto langsamer geht es voran aber man muss halt dran bleiben und wirklich alles nutzen was man hat ja ich hoffe die tipps helfen euch vielleicht dort weiter zu kommen und in dem sinne sage ich danke fürs zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten video ciao ciao